Wie stelle ich einen manuellen Audio-Mix für meinen Multi-Channel-Receiver ein? Gehen Sie zum Geräte-Tab und wählen Sie den gewünschten Multi-Channel-Receiver aus. Wählen Sie unter Eigenschaften den Reiter Mix aus. Unter Eingangsmix wählen Sie im Dropdown-Menü manueller Mix aus. Sie können nun manuell die Lautstärke der einzelnen Kanäle einstellen. Des Weiteren können Sie die Level Ihrer digitalen und analogen Ausgangspegel unabhängig voneinander anpassen.